Hallo, ich bin der Matthias, bin 30 Jahre alt, bin jetzt seit einem halben Jahr bei der Firma Mecker, habe Industriemechaniker gelernt, kümmere mich jetzt vorwiegend um die mechanischen Arbeiten, sowie Vorvertragung von den Fahrzeugen und das Coole an dem Job, das nach dem halben Jahr ist, das so vielseitig ist, man muss viel handwerkliches Geschick haben und kann das alles anwenden, was man immer anders gelernt hat.